Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Ein fünfjähriges Mädchen ist bei einem Waldausflug verschwommen. Die Kindergärtnerin will in Schuss gehört haben. Wir unternehmen alles um Marie so schnell wie möglich zu finden. Hier, muss jemand drinnen gelegen haben. Ich würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann im Gefängnis landet. Dazu diese Isabel, die größte Schlampe vom ganzen Taunus. Was ist denn los mit dir? Kriegst du mir Geld? Weibliche Leiche bei der Bokurin in Helmstein. Henning, wir brauchen die genaue Todesursache. Sieht mir alles nach großer Inszenierung aus. Hatte Isabel viele Femme? Sie hat rumgefögelt. Damit macht man sich keine Freunde. Aber das Kind ist und bleibt vermisst. Ich möchte gerne, dass Sie meine Tochter wiederfinden. Marie? Wie sie sagt, sie haben die Z Bobbi, dieская empirien. Nur host .